Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Kirsten Fuchs, Schriftstellerin und Theaterautorin. Das Pschewalski-Pferd. Bei Wildpferden denken die meisten Menschen wahrscheinlich zuerst an Mustangs, bekannt aus zahlreichen Westernfilmen, wie sie schön und erhaben durch die Prärie Nordamerikas galoppieren. Aus zoologischer Sicht ist das allerdings nicht korrekt. Denn die Mustangs sind keine wirklichen Wildpferde, sondern verwilderte Hauspferde, die erst im 16. Jahrhundert mit den spanischen Konquistadoren überhaupt auf den Kontinent gelangt sind. Und ja, auch die ursprünglichen Bewohner der amerikanischen Prärien, landläufig Indianer genannt, wurden erst infolgedessen zu Reitervölkern. Echte Wildpferde, also nicht domestizierte Vorläufer der späteren Nutzpferde, gab es nur im asiatischen und im europäischen Raum. Gab es. Ursprüngliche Arten von Wildpferden gibt es auch dort schon seit langer Zeit nicht mehr. Und dementsprechend gering ist auch das Wissen darum, welche und wie viele Arten von Wildpferden es überhaupt einmal gab. Als letzte überlebende Wildpferdart galt jedenfalls das sogenannte Pschewalski-Pferd, benannt nach seinem russischen Entdecker. Im Jahre 1878 brachte der den Schädel einer bis dato unbekannten Pferdeart von einer Expedition aus der Mongolei zurück nach St. Petersburg. Das Pschewalski-Pferd ist im Vergleich zu den uns heute umgebenden Zuchtpferden eher klein und gedrungen, mit einem verhältnismäßig großen Kopf. Schon bei ihrer Entdeckung waren diese Pferde extrem selten geworden. Das letzte Pschewalski-Pferd in freier Wildbahn wurde im Jahre 1969 gesehen. Pschewalski-Pferde wären also bereits ausgestorben, wenn nicht einige Exemplare in menschlicher Obhut in Zoos und auf vereinzelten privaten Ländereien überlebt hätten und dort nachgezüchtet worden wären. Selbst dort war ihre Zahl aber zeitweise besorgniserregend abgesunken. Nur die Zoos in Prag und in Wien hatten Mitte des 20. Jahrhunderts noch einige wenige Tiere in ihren Gehegen. Mit der Etablierung von zoologischen Zuchtbüchern und der einhergehenden gezielten Erhaltungszucht konnte ihr Bestand schließlich gepäppelt werden. Und 1992 wurden dann erste Pschewalski-Pferde in der mongolischen Steppe ausgewildert. Um die 800 Tiere galoppieren dort inzwischen wieder herum. Das ist natürlich eine großartige Nachricht. Eine Nachzucht auf Basis weniger einzelner Exemplare birgt allerdings die Gefahr der Inzucht. Eine genetische Untersuchung hat jedoch ergeben, dass die Pschewalski-Pferd-Population über eine gesunde genetische Vielfalt verfügt. Und das, obwohl die ganze heutige Population von nur 13 Tieren abstammt. Die Genanalyse des Pschewalski-Pferds brachte aber noch andere Überraschungen ans Licht. Mit dieser Studie, die erst vor kurzem veröffentlicht wurde, musste die Abstammungsgeschichte der Pferde neu geschrieben werden. Denn dabei wurde klar, dass es sich auch beim Pschewalski-Pferd nicht um ein waschechtes Wildpferd handelt. Ähnlich wie die Mustangs sind sie offenbar verwilderte Haustiere. Nur sind sie ihren Halter an dem Volk der Botei, das einstmals im heutigen Kasachstan ansässig war, schon vor sehr viel längerer Zeit abgehauen. Wohl schon vor einigen Jahrtausenden. Eigentlich wollten die Forscher mit dieser Studie ja vor allem herausfinden, von welchen Wildpferden heutige Pferderassen abstammen. Was sie herausfanden ist, das Pschewalski-Pferd hat mit ihnen schon mal nichts zu tun. Es mag also vielleicht kein authentisches Wildpferd im zoologischen Sinne sein, bleibt aber eine ganz eigene Unterart. Und damit das, was in einer Welt ohne Wildpferde, einem Wildpferd am nächsten kommt, diesen Titel können wir ihm schon lassen. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org Citizen Conservation www.citizen-cons embrozieren.com www.citizen-cons�ו.org